... dem Feind belungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner... Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum, Keitel, Jodel, Krebs und Butter. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner war ein Befehl! Wer schickt sie? Das Herr Spaden, die Beinbefehl sind in der Zeit. Oh, weiß ich, das ist einfach genau. Das bin ich, der hat mich für die Augen. Jeder hat mich für die Augen, sondern ihr scheiß. Die gesamte Generalität ist im Zweiten als ein Haufen niedergerechtiger, treulöser Feindlinge. Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbinden... Bist das Feindlinge, verreicher, Verzager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Geht in der Lage, das ist doch der Schmolz des deutschen Volkes. Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie zugebracht haben, nur um zu nennen, die mein Messer und Kabel hält. Jahrelang hat das Militär-Möle-Aktionen nur verhindert. Es hat mich jeden nur auf den Gegenwiderstand in den Weg geleckt. Ich habe den Blut daran getan, um darin alle hohen Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich verliere von der Akademie. Und doch habe ich allein, allein aus mich gestellt, ganzer Rapper erobert. Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuer Verrat gehübt dem deutschen Volke! Aber alle dieser Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen! Sie werden das Zaufen in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch! Und der Befehl sind in den Wind gesprachen! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Trick ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich das in Berlin verlasse, dürfen Sie sich gefeuchtig! Er lanket wie eine Kugel durch den Kopf! Tun Sie, was Sie wollen! Und ich habe eine Kugel-Kugel-Kugel-Kugel-Kugel-Kugel-Kugel-Kugel-Kugel-Kugel-Kugel-Kugel-Kugel-Kugel-Kugel-Kugel-Kugel-Kugel-Kugel-Kugel-Kugel-Kugel-Kugel-Kugel-Kugel-Kugel-Kugel-Kugel-Kugel-Kugel-Kugel-Kugel-Kugel-Kugel-Kugel-Kugel-Kugel-Kugel-Kugel-Kugel-Kugel-Kugel-Kugel-Kugel-Kugel-Kugel-Kugel-Kugel-Kugel-Kugel-Kugel-Kugel-Kugel-Kugel-K